moin moin und herzlich willkommen bei lichtzeichner hamburg ich bin der sascha und heute erkläre ich euch das histogramm das histogramm ist wirklich relativ einfach zu verstehen ich erkläre das heute zwar einem beispiel von affinity photo aber alles was ich heute euch sage ist allgemein anwendbar an eurer kamera und an jeder anderen software es ist völlig egal ob ihr jetzt affinity photo habt oder nicht es gibt aber auch ein es gibt aber auch mehrere gründe warum ihr das histogramm verstehen sollt und warum es einige ja miss konzepte gibt die wir ein bisschen ausräumen wollen und dann fangen wir doch einfach mal an das histogramm zu erklären und hier in der finde die foto wo ist es denn wartet sich denn versteckt wir finden es natürlich wieder unter ansicht studio und dann zack histogramm und dann haben wir hier ein histogramm von unserem bild wie wir ja alle wissen wird das bild in rgb aufgezeichnet und somit zeigt das histogramm uns auch die rgb farben an jetzt sagt er aber haben bei mir ist das histogramm aber meistens weiß und dann klicke ich doch mal hier rauf und sehe da bei euch sieht das wahrscheinlich das histogramm so aus ihr seht schon ich habe jetzt hier eine anwendung angeklickt und hier sehen wir das histogramm und deswegen sollten wir das histogramm verstehen weil wir dann gleichzeitig einige anpassungen in der software verstehen jetzt ist schwellenwert natürlich ein extrem eine extreme anpassung aber hier ist erstmal ein verein ein vereinfachtes histogramm und im grunde genommen geht es nur darum dass hier links also ganz ganz links ist pures schwarz also 100 prozent schwarz und ganz rechts repräsentiert 100 prozent weiß sprich wenn hier jetzt ein strich ganz oder die die ganz viele striche hier wären dann hätten wir ganz ganz pures weiß oder vieles pures weiß was einfach nur weiß ist es hat keine anderen daten genauso wenn hier das ganze oben wäre hätten wir nur pures schwarz das bedeutet wiederum dass alle werte die dazwischen sind ja also hier diese ja wir können das mal so vierteln das zeige ich auch gleich hier sehen wir ungefähr das sind die 25 prozent alles was hier zwischen 75 und 50 prozent 25 prozent ist das sind die mittleren werte und deswegen gehe ich jetzt mal mit dem schwellenwert mal wieder weg und wir schauen uns noch mal das histogramm an und da sehen wir ja in unserem bild ist ja relativ viel blau wir sehen hier ganz viel blau und wir sehen hier blau relativ auf der hellen seite und es liegt daran dass wir hier in dem himmel einen hellen himmel natürlich haben und blau ist hier stark vertreten aber wir haben auch hier dunkles blau das sehen wir dann hier und natürlich in allen schatten ist so gut wie immer blau und das geht natürlich für alle drei farben des rgb spektrums also wir haben hier links die dunklen töne rechts einfach nur die weißen töne und je höher hier sozusagen die die kurve ist desto mehr farben haben wir in dem bild davon also wir haben jetzt zum beispiel sehr viele rot und grüntöne in den mittleren bereichen also sehr viele daten in dem bild warum erkläre ich euch jetzt das histogramm nun es taucht immer wieder in unseren anpassungen an auch bei anderen softwares werdet ihr das immer wieder finden und wenn ich jetzt hier einmal auf die tonwertkorrektur klicke sehen wir die rgb farben und die ganzen helligkeitswerte und wir sehen guck mal wir haben hier kaum richtig weiße werte wir haben hier zwar die wolken die sind dann hier wir konzentrieren uns jetzt nur hier auf das weiße sind hier kaum vorhanden aber hier haben wir sehr viel dunkle töne deswegen haben wir hier so einen berg und das haben wir nicht nur bei der tonwertkorrektur sondern wir haben das hier auch bei der gradations kurve und hier sehen wir das noch mal richtig richtig gut denn wir haben hier den ganz normal allgemein oder das allgemein histogramm und wir haben hier richtig schön die einteilung zwischen hier sind die ganzen dunklen werte hier sind alle mittleren töne und hier sind wirklich alle hellen töne bis zum perfekten weiß ja und dann haben wir das hier noch beim schwellenwert der ist aber für uns heute nicht wichtig und wir haben es im grunde genommen ein bisschen versteckt auch bei der verlaufs umsetzung habe ich hier mal dieses diesen grau diese graue verlaufs umsetzung und das repräsentiert einen schon sehr gut dass hier links wirklich alle dunklen töne sind und hier alle hellen also haben wir ja in meinem anderen tutorial gelernt wenn ihr das noch nicht gesehen habt einfach mal rauf klicken der link ist in der video beschreibung jetzt kommt es zu einem relativ schlechten tipp wie ich meine dass einige fotografen sagen ein histogramm muss so und so aussehen und es gibt das perfekte histogramm das wäre jetzt zum beispiel dieses hier und ich muss leider sagen das stimmt so nicht das histogramm ist wirklich nur ein werkzeug um euch zu zeigen ist ein bild jetzt zu hell oder zu dunkel welche werte sind in welchem teil wie oft vertreten und mehr sagt das histogramm nicht aus es hilft euch ein foto besser zu schießen also wenn jetzt in die wenn ihr jetzt vor ort seid und mit der kamera fotos macht dann könnt ihr noch mal aufs histogramm schauen und gucken auch vielleicht ist es zu hell oder zu dunkel und da gibt es gleich noch einen zweiten tipp von mir denn es ist so das histogramm das bei eurer kamera angezeigt wird ist das histogramm eurer jpeg datei ausrufezeichen wenn ihr jetzt eine raw datei öffnet das histogramm was euch gezeigt wird ist das histogramm der raw datei und ihr wisst wie groß der unterschied zwischen einer raw datei ist und einer jpeg also nicht vergessen selbst wenn das histogramm bei eurer kamera katastrophal aussieht kann es sein dass es ganz anders ist so eine ganz andere geschichte ist wenn ihr später bei der software mit dem raw arbeitet ganz ganz wichtig kommen wir aber jetzt nun zurück warum es kein perfektes histogramm gibt wir haben jetzt hier natürlich ein sehr ausgeglichenes bild was ist aber wenn jetzt winter ist und wir haben ganz viel weiß in der umgebung wir sehen jetzt hier dass das wirklich in der hellen hälfte des histogramms ist aber das heißt ja nicht dass das bild jetzt überbelichtet ist oder so wir sehen ja wirklich alles genau gut und die blauen töne die sind ja hier alle in den schatten sprich würde ich das bild jetzt ändern wollen und dunkler machen wollen müssen weil irgendeiner sagt ja ein histogramm müsste so aussehen ja dann sieht das doch kacke aus und umgekehrt geht das natürlich auch wir können bei bildern bei nacht oder bei lowkey aufnahmen da kann so ein histogramm halt einfach mal so aussehen und klar ich kann vielleicht bei dem bild jetzt nochmal ganz krass vielleicht nochmal hier weit gehen aber sieht das bild jetzt besser aus nur weil das histogramm jetzt perfekt ist oder besser ist nein also lasst euch nicht erzählen dass es ein perfektes histogramm gibt viel wichtiger ist wie die wirkung auf dem bild ist ein histogramm ist wirklich nur ein werkzeug um zu zeigen hat das bild kontrast hat es keinen kontrast und so weiter und so weiter aber am ende erzählt nur das was ihr seht und vielleicht wollte eine bestimmte stimmung erzeugen und dann hilft euch das histogramm auch nicht sonderlich weiter beziehungsweise nicht dieser tipp dass es ein perfektes histogramm gibt wenn ihr noch fragen habt dann schreibt doch einfach in die kommentare ich würde mich natürlich auch über ein like freuen und vor allem über ein abo und schaut auch gerne mal bei meinen anderen videos rein über fotografie und die digitale bildbearbeitung und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen gehabt euch wohl und gutes licht